Hi, mein Name ist Karl Gerlinger, das ist mein Bruder Rudolf und wir sind Gründer von Flipside Kassenbauwerbung. Flipside soll das Coupon für den Offline-Markt werden, weil es gibt keine günstige Form für Unternehmen Gutscheine in der Offline-Welt zu verteilen als mit Flipside Kassenbauwerbung. Das Ganze funktioniert so, dass Coupons auf der Rückseite von Kassenzetteln in den Frequenzschlagen Einzelhandelsmärkten in den Regionen der Werbekunden verteilt werden. Durch diese Art der Werbung ist es möglich, sehr zielgruppenspezifisch Werbung zu machen für ein sehr kleines Budget. Unser Ziel ist es, die Werbetreibenden mit den Werbeträgern zu verbinden und so die optimale Werbeplattform zu schaffen. Jeden Tag werden in Deutschland 83 Millionen Kassenbaus gedruckt. Somit ist Kassenbauwerbung die reichweitend stärkste Werbung überhaupt in Deutschland. Und wir suchen Partner, Werbekunden und Geschäftspartner, um dieses Potenzial auszuschöpfen und freuen uns auf ihren Kontakt. Paul+, promotion und dice Kernaz Untertitelung. BR 2018 Fernabad, 2020 ausamped